Aus den Tiefen des Sailor Moon Filmfundus gibt es eine Folge, die bisher bei vielen unerblickt blieb. Eine Folge, in der ein weiterer Dämon Rache an den Sailor Kriegerinnen nehmen will. Erlebt noch einmal eine Geschichte aus der dritten Sailor Moon Staffel. Wieder einmal müssen Sailor Moon und die Sailor Kriegerinnen sich zum Kampf bereit machen. Ob sie den Kampf für sich gewinnen können? Erfahrt es demnächst bei Sailor Moon German. Sailor Moon Super. The Lost Episode. Demnächst. Nur auf SailorMoonGerman.com